Hallö, da sind wir wieder, leider. Da kommt der Antrieb, das Spiel beginnt. Die Ausnahme ist einfach nicht nur ein Problem. Schauen wir kurz auf die Aufstellung des FC Freiburg. Die wollen in dieser Partie mit einem klassischen 4-4-Schwein zum Erfolg kommen. Das ist die Startaufstellung der Glattmacher heute. Wir treten also im Volk. Schussversuch. Und so wird das nix den Helder Torwart natürlich. Eckschluss also. Volligenorisch. Gute Aktion vom Torhüter. Klasse defensiv. Die Hüte zu lassen. Die Hüte zu lassen. Bislang richtig stark. Und entsprechend selbst muss gehen sie hier auch in diese Partie, das jetzt dazu. Schießt er ihn rein. Tor, ganz stark gemacht. Oh, oh, oh. Wir haben doch wieder mal hier über die Kuss. Keine Überraschung für mich, dass wir hier gebrauchen haben. Würde ich kuschen? Nee, kannst du gar nicht, Wolf? Der ist neblig. Der ist neblig. Der passt aber ganz genau. Der ist neblig. Also neblig. Das hat fliegt natürlich. Der war mit Schnee. Der war mit uns verziehungslos. Nils Pedersen. Der war mit mir auch den Fußballspieler. Hängigspieler Karatik. Auch schön, es war vielleicht nur eine Fußballer. Ja. Und wir hatten schon Karnas. Mikebracht. Wie geht's? Nichts cared. Woah, nichts cared. Das war so leve, das war so... Und für Dutch Fouls konnte man sie auch geben. Ein guter Kopfball. Das ist das Tor. Mit dem Kopfball hat er gemacht. Dieses Tor müssen wir uns noch mal anschauen. Eine Perspektive-Reingabe von der rechten Seite hier noch mal schön zu sehen. Und da dürfen sie den Vorbereiter zurecht feiern. Ja, so ein Kopfballtreffer, da freut sich der Trainer. Ganz sicher, da habt ihr ihre Offensivaktion gewinnt dringend abgeschlossen. Schön zu sehen, wie konzentriert sie da zu Werke geht. Kannst du mir doch mal erklären, warum im Anleihenmodus keiner so hat den, äh, den Schachter zu Köln oder so was? Das ist jetzt gleich zu selbst, oder? Du siehst ja fast nur, wie, äh, sowas wie, du hast mit Glück mal Gotthold, aber du siehst halt nicht sowas wie Liverpool, Barca, Real oder irgendeine Nationale. Der ganze Rest ist Dreck. Das kann ich erst genau. Ich hätt' wirklich mal gemanscht oder im Online-Monus auch sowas in Inhalten Köln oder wo du siehst. Und das macht man mal schon, hier kommt der Schuss. Nee, ich schiefe jetzt nicht, jetzt kommt es gerückt und dann macht man nun. So machst du dir in wenigen Minuten ein ganzes Spiel kaputt. Aber auch zwei richtig gute Angriffe, das darf man nicht unterschlagen. Der neue Spielstand lautet jetzt also 3-3. Und jetzt machen wir noch mal einen Prozess, warum? Du kannst ja mal gucken, wie man da wird klarer, weil er irgendwie nicht da steht. Ja, deswegen, ja, das wollte ich nämlich direkt hinbeierern. Oh, du hast ihn ja. Jetzt ist er durch. Ja, ja, die Zeit ist er nicht. Und ein weiteres Tor, sie scheinen das hier bis zum Ende ganz seriös durchzuziehen. Keine guten Nachrichten für den Gegner. Nee, Wolf, nicht wirklich. Die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Mike Brand. Sie kämpfen um den Ball. Genira. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Da springt ihm der Ball in die Hand. Zwei Stoß. Da hat er Glück, dass er mit der mündlichen Verwarnung davon kommt. Aber er weiß jetzt auch, sowas kann ich mir heute nicht mehr erlauben. Christensen. Sicher vom Torwart. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Vielen Dank. 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 Ich war mir sicherer Zumachung, weil ich da in die Ecke dringend wurde. War ein bisschen zu stark. Man hört das Getrampel von ihm. Und da geht die Tür schon auf. Das sind die Ersten, die den Bestellschein von Lieferando ausdrucken. Ja. 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 Jetzt geht das mit einem einwurf weiter. Nächster Versuch, ein weiterer Eindruck. Na ganz ne Woche. Zweiter Meike. Werner. Komm, passt zu Eckart. Der eine Beschwerzung mit Haggurter steckt da so, weißt du? Echt genial. Ob ich gelaufen bin, habe ich da. Das ist eine beruhigende Führung für Sie. Beruhigend. Zweifel wechseln. Zweifel raus. Die Verteiligung ist ein bisschen zu starten. Ja, das ist nicht normal. Und dann. Und dann. So. So. Und damit ist der Ball weg. So. 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 szüglich. So. 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 Gut. Werner. Schuster. Greffhoff. Rani Khedira. Jetzt schießt er. Er hat die Idee. Er kam dran, aber der Ball ist im Netz. Was für ein Schuss. Nur aus dem Standort. Schönes Leben auf. Ich glaube, ich lebe mich nicht zu weit auf dem Fenster. Aber auch wenn ich. Er war jetzt nur ein Schuss, wo ich nicht gedacht hätte, dass der so reingeht, weil der andere war nicht dabei zu blockieren. Und dazu dann noch die Entfernung. Und das mit Marlon Ritter. Und das mit Marlon Ritter ist eine Chance. Keine gute Flanke. Einfach Zweiflungsschuss. Aber dass der dann auch noch reingeht. Der Ball kommt gut. Die Flanke fängt er ab. Sehr gut gemacht. Also. Auch wenn. Jetzt mal gucken. Aber jetzt mal gucken, ob er mit Guilets Tore schießen kann. Und er durchs Zielbünter. Himmels ist durch? Das macht er gut. Masse, ein fantastischer Treffer. Läuft, mein Hummel. Das ist der Tor, ich schieße das. Oh Mann. Und irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch vor dem Tor ganz ruhig. Eine super Szene. Er ist einfach gedacht schneller als alle anderen. Ultra und künstlerer DTV. Okay, diesen Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Und diese Flügelung ist noch mehr als deutlich. Ja gut, das ist bei mir kein Herz gegeben. Gleich gibt es sehr Auswechslung bei der Einmannschaft. Habe ich schon ein anderes gegeben. Wie da drin? 10-9. Hüchstungsprofessionell Dorf hoch zu gewinnen. Da kommt er gar nicht mehr da noch mehr auf. Ich meine, ich kann es auch auch ab der 15.0 schließen, dass der Wien losgeht. Daher kommt immer ein bisschen rein. Weil wir keine Spannung reinkommen. Ach so. Ich glaube, wir müssen schlechter spielen. Da kommt der Schuss. Das erweite sein Spiel. Er macht sein drittes Tor. Klasse. Und damit hat er ein schönes Dreierpaket hier gespürt. Und lässt sich völlig zurecht von den Fans feiern. Die liegen deutlich fort. Griff hoch. Abraschi. Er verlucht. Das war die Chance. Da hätten sie mehr drauf machen müssen. Die letzten zwei Minuten sind angebrochen. Schuster. Günther. Sehr gut gespielt. Magdein. Sie versuchen nochmal heranzukommen. Hut ab vor der Moral. 12-1 gewonnen. und damit noch deutlicher das Spiel in zu Ende ich sag mal kurz und knapp klare Angelegenheit ja voll dominantes Auftreten bis zum Schluss und so war der Sieg wenn wir ehrlich sind liegen gefahren wie die auslusten absolut überzeugend seine heutige Leistung hat für mich tatsächlich gegen dieses Spiel den Ausschlag gegeben war der entscheidende Mann mit seinen drei Toren Senter zu holen